Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab das hier von einem Onkel bekommen als Geschenk und da dachte ich mir, Digga, das passt genau gut zu mir, damit kann man trainieren. Das ist auf jeden Fall 30 Kilogramm Presse und das soll man halt so machen und Scheißschleim, Digga. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sag mal du, ne, hab ich das richtig gemacht, also du kennst dich damit aus, kannst du mir sagen, ob das richtig ist oder soll man das so machen, ausstrecken und dann so runterziehen oder ist das schon so richtig? Keine Ahnung, schreib's mir gerne unter die Kommentare. Freunde, da ist kein Spaß, jetzt müssen wir auf jeden Fall viel Wasser trinken, es ist echt kein Scherz. Das Wetter spielt mit unserem Leben. Man soll auf jeden Fall drei Liter am Tag trinken, tut das wirklich. Sonst können wir schnell umkippen und das wollen wir alle nicht, Dankeschön. Hi, ich bin Lela, wenn 22 Jahre alt genommen ist. Oh mein Gott, wie eklig heiß. Oh shit, stirbst du nicht? Ich hab hier schon viel zu lange gemacht. Du hast noch zwei Babys im Bauch, Alter. Das ist gerade 30 Grad, Alter, und du bist gerade drei Personen, Alter. Wir warten auf unsere Babys, Friends. Wir wissen die Geschlechter und wir holen hier, wir holen auch Ballons, ne? Ja. Wir holen auch Ballons, diese Jeremy, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das heißt, auf jeden Fall platzt man das. Jeremy Party. Ja, genau, und danach kommen auf jeden Fall die Geschlechter durch diese Farben raus. Und das, wenn wir auf jeden Fall machen, bleibt einfach gespannt. So Freunde, wir sind jetzt bei Ikea mit meiner Frau. Damals war ich hier als Kind und heute bin ich für meine Kinder hier. Leute, ich bin gerade in Ikea reinkommen. Ich suche Mehmet, ne? Ich finde ihn nicht. Ich gucke, er ist hinter mir. Dein Ernst? Ich suche dich die ganze Zeit. Mama. Mama, gehen wir weiter. Was hast du geguckt? Elsa? Ja. Freunde, könnt ihr mir mal erklären, was das hier ist? Sieht aus wie Knastfächer. Für was ist das, wenn man viele Sachen dabei hier einschließt? Oder ist das für Mitarbeiter? Und später, wenn man dann als Kunde rauskommt, wieder seine Sachen hier nimmt, oder wie? Und wie das hier aussieht. So Freunde, wer natürlich lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier steht Gegenstände ins Schließfachlegen. Also ist das auch für uns Kunden. Mehmet? Was machst du da? Da ist kein Essen drin. Du bedingst nur an Essen. Du dachtest, es ist wichtig, wir haben ja Essen. Ja. Ja, so siehst du auch aus. Mann. Oh mein Gott, das habe ich immer gesucht. Brustketter. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Oh mein Gott. Aber man kann ja vorher schon bestellen, ob es zwei eigentlich schießt oder ein. Weil wenn die eine eigentliche sind, sind die in einer Fruchtblase und meinen, die zwei eigentliche sind in zwei. Ja. Und daher wussten sie das. Und sie ist selber Zwilling. Schön. Hauptsache, das ist das Allerwichtigste. Der Rest ist auch wichtig. Alles gut. Das stimmt. Danke schön. Gerne. Kurz ein Gespräch gehabt. Schnitzel mit Champignonssoße. Ne? Das erkennt man ja sehr gut. Und Pommes mit was weiß ich. Mit irgendeiner Soße. Ich kenne das überhaupt gar nicht. Dann haben wir natürlich sowas hier. Boah, das sieht sehr, sehr nice aus. Auf jeden Fall zum Nachtisch habe ich mir auf jeden Fall was Leckeres ausgesucht. Ey, das sieht einfach sehr, sehr wild aus. Sieht aus wie Kinderriegel hier oben. Ich glaube, das ist das sogar. Und natürlich zum Abspülen haben wir Cola. So, eiskalte Cola. Ich habe theoretisch das gleiche, nur eine Zimtschnecke. Boah. Ich bin zufrieden. Leute, Mehmet ist gerade so fasziniert. Voll geil, Digga. Zack. Ich fühle mich gerade richtig professionell. Normalerweise hat man ja so diesen eigenen Schrank, was man so im Einzelnen untertut. Alles wird durch Maschinen ersetzt. Merkt euch das. Guck mal, wie das hier reingeht, Digga. Das geht in die Küche. Ich glaube, das gibt es nur bei Ikea. So, wenn wir mal mitgehen. Stell mal in die Kamera rein. Er nimmt einfach die Kurve, Digga. Kommode haben wir jetzt gleich gefunden. Hier sind die Regale. Das kennt man ja. So, Regal 28, Regal 30. Und wir haben Regal 28, Fach 77. Schatz, schau mal dein Bild, was du dir ausgesucht hast. Warte mal, schau es mal darauf gerade. Wo 77? Wo? Hier 67. Hier 67. Ey, guck mal. Ich hatte das zu suchen, Digga. Wallala. Guck mal hier. Da steht 28, Fach 67. Aber wir brauchen 77, Digga. Ah, hier. Die sind ja doof, Digga. Okay, hier 76. Hier. So, Digga. Hier 6. Ah, hier. Da. Ich glaube, das ist das da ganz oben. Ne, das hier unten. Artikelnummer? Hier. Ich habe schon gesehen. Sag mal. Ah, das ist das, ne? Leute, der Vorteil, schwanger zu sein, ist einfach, dass du nichts machen musst. Bisschen Fitness, ne? Ja. Leutchen, Mehmet hat sich gerade ein Bild ausgesucht. Guck mal, mein Bild, Digga. Er ist richtig stolz. Normal, in New York. Das ist falsch rum, Schatz. So, wie sehe ich daneben aus? Richtig schön. Ich liebe in New York so amerikanisch, Digga. Er ist richtig stolz. Oh, wie das aussieht, Digga. Voll geil. Ich freue mich unumal. Ich danke dir für das Geschenk. Kein Problem. Lass mich mal erwähnen. Wir chillen hier. Papa macht alles, ne? Ne? Einfach macht alles, ne? Gerne rausschneiden. Er fühlt sich produktiv. Das ist das Problem. Mehmet, dieses Milch, das habe ich gerade die ganze Zeit angeguckt. Bisschen Spaß muss sein, aber ich habe ein bisschen übertrieben. Leute, es ist dennoch normal, sagt es mir bitte. Bald habe ich einfach drei davon. Ey, Digga, ich bin einfach dein Vater, Digga. So geil, so einkaufen und so. Das holen wir ja für die Kinder, ne? Das ist ja... Ja, Wickelkommode. Ich kann nicht mehr wallen. Ich weiß, was tut mir, Digga. Leute, bitte, was ist das für ein Po? Ich bin ein Papa, Digga. Das ist Kinder einkaufen, Digga. Und wenn ich so mache, machen die Kleinen auch so. Ich brauche keine Zune, Wolle. Ich kacke ab, Alter. Ich hoffe, die kleinen Kinder laufen weg, ne? Ich muss jetzt herrennen und ich kann nicht mehr. Freunde, guckt euch mal die Beule an. Mitten in der Nacht. Guck mal, hier ist Bauchnabel. Und hier ist diese Beule, Digga. Ja. Oh, der bewegt sich. Ich spüre das richtig. Wie süß. Guck mal, Freunde. Vor der Tür erwarte ich alles, aber doch nicht das hier. Tiago, wartet auf uns. Was geht ab? Tiago, komm mal hin. Komm mal hin. Alles klar, Tiago? Alles klar, sag mal zu den Zuschauern. Hi. Hi, ich bin Tiago. Und geh jetzt mit. Mehmet, was essen? Tiago, Mann. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Ist klein, aber fein. Ich möchte kurz was loswerden. Und zwar meine Frau und ich, wir gehen immer oft auch bei McDonalds essen. Und sie bestellt sich immer McRap. Und ich habe mich immer gefragt, warum McRap innerlich so, ne? Und ich habe nie McRap bestellt. Das weiß ich selber. Und ich habe gerade reingebissen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich vieles verpasst habe. Einfach der Burner, Digga. Und das hast du immer bestellt? Ja. Krass, Alter. Digga, ich habe ja vieles verpasst. Friends. Immer neue Sachen ausprobieren. Testen ist immer das Geilste. Glaub mir, nicht immer das Gleiche. Ey, Freunde, was geht ab, Alter? Ich bin das allererst mal bei Solarium, Digga. Ich war zuletzt vor vier Jahren ungefähr. Was sagt ihr dazu, Digga? Memo wird langsam wieder frisch, Digga. Beziehungsweise ich war noch nie frisch. Ja, einfach das erste Mal wieder beim Solarium. Ich nehme euch einfach mit, Digga. Wallah. Für mich wieder was ganz, ganz Neues. Vielleicht mit einem oder anderen. Oder schreibt mir in den Kommentar, ob ihr sowas sehr, sehr oft macht. Oder sehr, sehr selten. Digga. Ich habe das hier auch bekommen. So, so D und so. So, Augenschutz. Zack. Einfach wieder was ganz, ganz Neues für mich. Jetzt erst mal ausziehen. Und dann sehen wir uns gleich. Ich nehme euch mal einfach jetzt mit. Ich glaube, was hier kommt. Ups. Was hier kommt, Lene. Soll ich jetzt einmal runterwachen? Alter, was geht hier ab, Freunde? Jetzt, da haben wir so eine Taste. Hier. So, jetzt drücken wir mal Start. Herzlich willkommen auf der Ergoline Light Vision. Das ist eine Schutzbrille zu nutzen. Muss man doch gar nicht unbedingt, oder? Sag mal, ob man Schutzbrille braucht oder nicht. Ich würde sagen, Freunde, ich lege jetzt die Kamera weg. Und dann sehen wir uns gleich. Ich freue mich auf jeden Fall für die Veränderung. Okay, beim ersten Mal kann man nicht unbedingt wissen, ob eine Veränderung da ist. Aber, wir werden mal gucken. Ich würde sagen, wir legen die Kamera jetzt weg und genießen. Ciao. Boah. Ich bin fertig, Freunde. Oh mein Gott. Nach vier Jahren das erste Mal wieder Solarium. Ey, das hat mich auseinandergenommen, Mann. Da freut er sich. Tiago, was geht? Komm, wie der sich freut. Tiago, ich war beim Solarium das erste Mal wieder. Ja, Tiago, freust du dich? Ich rieche ganz anders, ne? Tiago, ihr fein, ihr fein, ihr fein. Hast du auf Papa gewartet? Komm. Hast du auf Papa gewartet? Ich habe was Krasses euch mitzuteilen. Und zwar, ihr wisst, Bayram hat ja einen Laden, log mal. Und Bayram verkauft da jetzt seit einer Woche ungefähr eiskalte Bueno-Shakes. So, eiskalte Bueno-Shakes mit Eis und einer krasse Mix. Und ich habe mir überlegt, ich nehme ja diesen Vlog über Tage auf. Ich habe mir überlegt, morgen machen wir uns auf den Weg nach Lokma und probieren mal mit euch gemeinsam diesen Bueno-Shake. Und wer noch nicht da war, und Lokma, Pancake gibt es auch dann. Gefüllte Bueno-Taschen, blablabla. Soll einmal vorbeikommen im Bielefeld, Herfurter Straße 12, Mafia-Babe. Wir sind alle sehr, sehr oft dort am Start. Und ja, ihr wisst Bescheid, morgen geht es los, Bueno-Shake. Wir kommen, Bayram, macht schon was gefasst und muss uns was sehr, sehr krasses zaubern. Leute, wir haben jetzt Lokma mit einer Gugel Vanille-Eis da oben gebrochen. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt gerne vorbei. Bueno-Shake haben wir auch, Limonade haben wir auch, passt aus, wir kommen zu euch. Alles, die Fall, kommt gerne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, ich schliebe dir vor, keinem Weg. Leute, andere Liga. So, Friends, was geht ab? Der Bruder hat auf jeden Fall einen Lokma-Box bestellt mit Eis. Auch zum ersten Mal, ne? Was ist das für ein Eis? Vanille-Eis. Vanille-Eis, okay. Was sagst du? Sag deine ehrliche Meinung. Beste für Sommer, für Sommer ist das... Baba, ne? Ja. Das ist eigentlich nur für Sommer gedacht, weil es so warm ist. Ja, genau. Frischlauch? Super. Also kühlt auf jeden Fall sehr, sehr gut ab, ne? Super, ehrlich. Krasse Kombi dazu. Sei ehrlich, weil ich glaube, Eis, andere Liga, ne? Also Lokma ist warm. Das Eis ist kalt. Genau. Das ist eine geile Kombi. Gute Idee. Kommt auf jeden Fall vorbei hier. Unterstützt unseren Bruder hier seinen Laden. Lohnt sich hier auf jeden Fall. So, das ist jetzt Buino Shake. Das bietet auch Bayraman. Sag ehrlich. Für Sommer auf jeden Fall ein Muss. Schmeckt brutal, Alter. Das ist nicht dickflüssig. Das ist auch nicht flüssig. Das ist so diese Mitte. Also schmeckt auf jeden Fall super. Habe ich professionell gemacht, ne? Was gibt es hier noch Bayraman? Buino, Raffaello? So. Buino Shake, Raffaello Shake. Halt das, was man will. Lokma mit Eis. Was ihr wollt? Lokma mit Eis. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kamera, willst du was sagen? Lokma ist geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.